So, es geht quasi nahtlos weiter und wir wollen heute uns angucken, wie man statt diesem Status-Code 200 hier tatsächlich einfach auch echte Daten auslesen kann von dem API Call. Funktioniert hat er ja schon mal, das sehen wir in der 200, aber wir wollen die Daten auslesen. Um genau zu sein, wollen wir auslesen, wie viel US-Dollar, beziehungsweise vielleicht sogar wie viel Euro hier tatsächlich ein Bitcoin aktuell gerade wert ist. Und uns interessiert eigentlich nicht wirklich das Simple, uns interessiert nicht das Sell, das Buy, das Last, sondern eigentlich nur die letzten 15 Minuten, 15 M. Und wir sehen hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier fast sowas wie eine Art Objekt. Das heißt, das ganze Ding enthält sozusagen mehrere Einträge, hier sind ja auch alle mit einem Komma getrennt, US-Dollar, AUD, BAL und so weiter und so fort. Wir wollen auf den Eintrag Euro zugreifen. Das machen wir, als wäre es ein, naja, ein Dictionary sozusagen. Aber wir brauchen dazu eine Klasse, die uns das Ganze abbildet. Also wir brauchen nicht, aber es ist sehr, sehr angenehm, wenn wir so eine Klasse haben. So, eine Klasse Bitcoin Price. Und diese Klasse Bitcoin Price muss man von nichts erben oder sowas. Sie hat allerdings einen Final-Int Euro und einen Final, ne, eigentlich war es das schon. Ihr könnt natürlich hier auch noch mit US-Dollar etc. alles machen, was ihr wollt. Aber, ja, in dem Fall reicht uns das eigentlich aus. Und der Konstruktor, der nimmt sich einfach nur Bitcoin Price und zwar von was? Naja, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen eigentlich nur this.euro. So, mehr kommt da eigentlich gar nicht rein und wir machen ein Semikolon hintendran. Jetzt seht ihr auch gleichzeitig so ein bisschen, wie die Klassen aufgebaut sind. Das ist relativ simpel in Dart, wie man das eigentlich macht. Was wir hier noch brauchen, ist eine Factory. Und das ist jetzt etwas, was ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen habt, was euch allerdings Dart zur Verfügung stellt. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an einem ausführlichen Dart-Kurs habt, damit ihr wisst, was alles möglich ist, dann dürft ihr mir das gerne nochmal schreiben. Dann gibt es dazu eine separate Tutorial-Reihe. Allerdings kann das ein bisschen dauern. Okay, also eine Factory, die uns den Bitcoin, ups, groß geschrieben, natürlich Bitcoin Price Punkt from JSON fabriziert. Das heißt, baut sozusagen. Und zwar, was ist eigentlich ein JSON? Das ist eine Map, also quasi, wir greifen über eine ID auf etwas zu. Und diese ID, naja, das ist ja eigentlich ein String, wenn wir es genau wissen wollen. Das heißt, wenn wir uns nochmal ganz kurz die API angucken, dann sehen wir hier, wir greifen über Euro drauf zu und bekommen dann diese ganzen Informationen. Okay, alles klar. Das heißt, wir können hier mal ganz kurz angeben, wie die Struktur sozusagen ist. Wir haben hier nämlich erstmal einen String und dann sagen wir einfach Dynamic. Dynamic ist ein spezieller Typ, den, ja, quasi Dart für euch erledigt und festlegt. Und wir nennen das Ding einfach mal JSON. So, und ja, was soll passieren, wenn wir so eine Bitcoin Factory benutzen, also ein Bitcoin Price Factory, um genau zu sein? Naja, wir wollen einen Bitcoin Price zurückgeben von, Achtung, hier einfach eintragen, was genau da reinkommt. Und zwar wäre dann natürlich der Euro, wäre übergeben an JSON von, naja, von was? Euro natürlich. Okay, und damit haben wir eigentlich hier schon mehr oder weniger alles, was wir brauchen, um das Ding auch wirklich zu verwenden. So, jetzt müssen wir es natürlich noch irgendwie einbinden. Das heißt, wir müssen hier irgendwie die HTTP-Response umwandeln in ein solches Teil. Das heißt, wir sagen hier, wenn das Ding Daten hat, dann erst wird es umgewandelt. Das heißt, wir machen hier drin quasi ein ifStatusCode gleich gleich 200. Nur dann wollen wir sowas umwandeln und zwar, ja, ansonsten würde ich tatsächlich einfach nur den Text von Status Code zurückgeben. Und zwar sagen wir hier Return Bitcoin Price ohne irgendwas Punkt from JSON. Und hier kommt jetzt tatsächlich ein JSON-Decode rein, das uns JSON dekodiert und zwar über Response. Sekunde, haben wir Response? Wir haben Snapshot. Snapshot. Mach das doch mal weg, hier komm ich schon. Snapshot. Punkt Data. So, also quasi die eigentliche Response wird da reingesteckt und zwar Punkt Body, weil es ist ja eine Response. Die muss da irgendwie reinkommen. So, und ja, da müssen wir natürlich noch ein Semikolon hinten dran packen. Ja, so, ähm, der Bitcoin Preis ist jetzt allerdings tatsächlich ein Bitcoin Preis. Das heißt, wir sollten hier vielleicht nicht direkt einen Return reinsetzen, ähm, sondern wir sagen hier, hm, was haben wir denn? Ähm, ach, das ist kein Int. Wobei, doch eigentlich ist es ein Int, wenn man es genau nimmt. Sekunde, ist es ein Int? Nein, ist es kein Int, oder? Gehen wir nochmal kurz. Genau genommen ist es sogar ein relativ komplexes Konstrukt, was wir hier noch haben. Das heißt, wir haben hier, sagen wir einfach mal ein String dazu, ja. Ähm, und wir wollen hier den, äh, Bitcoin Preis. Oh, ja, das sollte ich behalten. Äh, wo sind wir hier? Bitcoin Preis returnen wir als Text davon. Und hier sind wir natürlich nur an dem Euro interessiert. Okay, so, jetzt, ähm, lassen wir das einfach mal ganz kurz laufen und schauen mal, was hier passiert. Und wir sehen, wir haben hier einen Fehler bekommen, was natürlich daran liegt, dass wir hier ein Dynamic versuchen, einem String zuzuordnen. Und woran liegt das jetzt so genau? Naja, wenn wir uns die API nochmal angucken, dann sehen wir hier, es ist eigentlich, wenn ich drauf zugreife, von Euro bekomme ich hier eigentlich ein eigenes JSON Objekt nochmal zurück. Das heißt, wir haben hier nochmal so eine Art Map drin. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, ich kann hier nicht einfach sagen, hey, äh, das, das reicht mir schon, sondern ich muss quasi zweimal drauf zugreifen. Und, ja, ähm, das müssen wir jetzt auch machen. Und jetzt machen wir mal etwas, was man normalerweise nicht macht, wenn man das Ding wirklich verwendet. Wir benutzen Print Statements, um uns Dinge auszugeben, denn manchmal braucht man einfach Werte und will wissen, wie die eigentlich heißen. Und, oder wie viel sie eigentlich sind jeweils. Was wir also machen ist, wir printen uns einfach mal das komplette JSON aus. So, wir starten das Ding mal neu. Und wir sehen, ah, okay, es ist natürlich wieder kaputt gegangen, aber oben drüber haben wir mal alle Informationen ausgegeben. Und das ist ziemlich interessant, denn hier können wir jetzt auch sehen, was genau wozu gehört. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, dann greifen wir hier drauf zu von Euro, ja, was passiert denn dann? Dann schauen wir uns das nochmal an und wir sehen, dass wir hier von Euro eigentlich diesen Kram hier bekommen. Okay, das ist schon mal hilfreich, allerdings möchte ich jetzt eigentlich nur diesen Wert hier haben. Das heißt, ich muss nochmal von 15m drauf zugreifen, weil in den letzten 15 Minuten sozusagen. Schauen wir uns das doch mal an. Und jetzt sehen wir, jetzt sehen wir, aha, hier ist der eigentliche Preis. Das heißt, ich muss hier, das hier erstmal nicht in einen String umwandeln, sondern in einen Int. Und ich darf hier nur mit von 15m noch zugreifen. Und eigentlich ist das nicht mal mehr ein Int, sondern eigentlich ein Float sogar. Wobei das jetzt vielleicht manche Leute verwirren könnte, weil Floats, also Floating Points, Numbers, wie man sie normalerweise nennt, die gibt es so in dem Sinne gar nicht. Es gibt eigentlich nur Doubles. Lasst euch von dem Namen nicht verwirren. In Java benutzt man eigentlich auch immer Doubles, auch wenn es genau genommen... Also Double bedeutet eigentlich ein Floating Point mit doppelter Genauigkeit, ist also eine Gleitkommazahl. Und damit kann ich diese Zahl hier also darstellen. So, das heißt, ich mache jetzt hier meinen Print wieder raus. Immer schön aufräumen, sonst werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell verwirrt. Und ich habe einen... Moment, was? Achso, ja, natürlich. Jetzt darf ich natürlich das hier oben nicht mehr machen, weil ich hier eigentlich das Ganze in eine Variable clustern muss. Und tada, jetzt geht das Ganze. Okay, was haben wir gerade gemacht? Also, ich zeige euch nochmal ganz kurz, was hier passiert ist. So, wir haben hier jetzt offensichtlich gerade den Bitcoin-Preis richtig angezeigt. Was wir gemacht haben, ist allerdings wirklich ein langer Weg gewesen. Wir haben zunächst einmal gesagt, hey, wir müssen das über eine HTTP-Anfrage bekommen. Das liefert uns nur eine Future, die wir irgendwann mal bekommen und eine HTTP-Antwort zurück. Dieses irgendwann mal haben wir letztes Video gefixt. Das bitte ich euch, da nachzugucken. Dieses Mal haben wir aber dieses, naja, das ist nur eine Antwort, gefixt. Und die Antwort enthält zunächst einmal den Statuscode. Statuscode HTTP200 bedeutet okay. Das heißt, es ist alles in Ordnung gelaufen. Es gab keine Fehler oder sowas. 404 kennt man zum Beispiel als not found und so weiter und so fort. 200 heißt okay. Das heißt, wenn der Statuscode wirklich 200 ist, dann können wir weitermachen. Also sagen wir okay. Wir wollen bitte den Bitcoin-Preis automatisch einlesen lassen in einer eigens dafür vorgesehenen Klasse mit einer Factory. Diese eigens dafür vorgesehene Klasse benötigt ein JSON-Objekt. Und das ist im Endeffekt eine Map aus einem String und dann Dynamic. Das ist im Endeffekt ein ganz normales JSON-Objekt. Wir können darauf zugreifen, wie zum Beispiel unter Python auch. Und ja, das ist eigentlich relativ komfortabel möglich. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir bauen in unserer Factory einfach einen Bitcoin-Price. Und also quasi ein Bitcoin-Price-Objekt. Das heißt, wir instanziieren die Klasse, in der die Factory eigentlich drinsteht. Das ist das Factory-Model oder das Factory-Pattern. Das kennt man vielleicht. Und sagen hier, ja gut, aber unser JSON ist nicht komplett für uns relevant. Wir wollen nur von Euro und von 15M zugreifen. Und wir könnten jetzt hier auch noch locker hergehen und sagen, hey, wir wollen auch noch zum Beispiel den Double-USD haben. Dass wir hier quasi genau das sagen. Und ja, dann haben wir halt hier nochmal das, was wir hier eingeben wollen. Nur, dass wir hier eben USD sagen. Also US-Dollar. Okay. Hier muss ich dann allerdings natürlich auch noch this.usd eintragen. Und schon können wir das Ganze machen. Wunderbar. Dann haben wir quasi zwei Werte. Also, wir können das alles so erweitern, wie wir das wollen. Im Endeffekt soll diese Factory hier das JSON-Objekt nehmen und eine Klasse, also eine Instanz der Klasse daraus erstellen, die alle relevanten Informationen für euch beinhaltet. Das ist so das gängige Pattern, wie man mit JSON umgehen sollte. Funktioniert natürlich auch für User-Accounts etc. Gut. Weiter geht's also, wenn wir das gebaut haben mit dieser Factory und auch das JSON dekodiert haben. Wobei natürlich das Original-Datum, also die Daten von der API, die bekommen wir über Snapshot. Also die HTTP-Response.data.body. Und hier lesen wir uns nur .euro aus, weil wir wollen nur den Euro-Preis haben. So, das Ding ist jetzt allerdings natürlich ein Double. Und deswegen müssen wir es in einen Text reinpacken oder in einen String reinpacken. Und das machen wir mit einem Format-String, der von dem ersten geschweiften Klammer auf bis zu dem letzten geschweiften Klammer zugeht. Und das ist im Endeffekt alles, was wir heute gemacht haben. Ist ziemlich viel, aber ja, ich glaube, man kann es soweit nachvollziehen. Und das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie man normalerweise mit Daten umgehen sollte. Okay. Zu dem Backend-Schreiben, also zum API-Schreiben, wird in dieser Tutorial-Reihe nichts kommen, weil man Dart und Flutter nicht dazu verwendet. Denn Dart und Flutter ist ein Frontend-Framework. Das heißt, ähnlich wie, ja, zum Beispiel React oder Angular. Und im Backend kann man zum Beispiel, wie gesagt, Python-Flask verwenden oder aber auch Java-Spring oder Kotlin-Spring. Das funktioniert alles wunderbar. Es gibt auch so viele andere Frameworks. Ich habe eine Reihe zu Flask gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne angucken. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.